Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die drei besten Mini-Akkulaubläser. Diese Modelle funktionieren alle mit einem 18 Volt Akku und sind vor allem für kleinere Arbeitseinsätze geeignet. Vorstellen möchten wir euch drei verschiedene Modelle von auch drei verschiedenen Herstellern, welche wir euch geordnet nach der Leistung vorstellen möchten. Viel Spaß also nun bei diesem Video. Alle drei Mini-Laubläser sind zudem auch in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch noch weiter zu den Modellen informieren oder diese bestellen wollt. Die Leistungen der drei Geräte unterscheiden sich nicht wesentlich. Trotzdem starten wir mal mit dem Modell mit der geringsten Leistung und zwar mit dem Einhell GE CL18. Dieses Modell bringt es nämlich auf einen Luftstrom von bis zu 210 kmh. Vor allem überzeugt das Modell durch seine kompakte Bauweise und sein geringes Gewicht. Mit nur ca. 2 kg inklusive Akku, seinen kompakten Abmessungen und auch seinem ergonomisch geformten Softgrip mit Gummibeschichtung ist dieses Modell sehr leicht und flexibel zu benutzen. Die Arbeitszeit mit dem Modell hängt natürlich wesentlich von der Akkuleistung ab. Bestellen kann man das Modell gleich mit verschiedenen Akkugrößen, 2, 4 oder beispielsweise 5,2 Amperestunden. Kompatibel ist das Modell mit allen Akkus der Einhell Power Akkureihe. Natürlich hängt die Arbeitszeit aber auch stark von der Geschwindigkeit ab. Diese kann man bei dem Modell über ein Drehrad einstellen. Hier stellt man im Endeffekt die Drehzahlgeschwindigkeit ein, durch die man dann auch gleich den Luftstrom regulieren kann. Wie gesagt sind mit diesem Modell wie auch mit den beiden anderen Akkulaubbläsern aus dem Vergleich vor allem kleinere Arbeiten möglich. Geliefert wird das Modell gleich noch mit einem sehr langen und leicht gebogenen Aufsatz für ein angenehmes Arbeiten im Stehen. Auch an höher gelegene Dinge wie beispielsweise Spinnweben kommt man durch diese Verlängerung ohne Probleme ran. Mehr Infos zu diesem Modell erfahrt ihr aber über den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das Modell auch bei Interesse sofort bestellen. Als zweites möchten wir euch den Bosch Professional GBL 18V 120 vorstellen. Statt 210 kmh beim Einhellmodell kann dieser Bosch Akkulaubbläser bis zu 270 kmh Luftgeschwindigkeit erzeugen. Vor allem auch durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht ist das Modell für verschiedene Arbeiten geeignet. Beispielsweise zum Säubern von Arbeitsbereichen und auch Reinigen von Bohrlöchern. Verwendet werden kann dieses Modell mit allen Akkus der Bosch Professional Reihe. Bestellen kann man es beispielsweise gleich mit einem 4 Amperestunden Akku, mit dem das Modell eine besonders lange Arbeitszeit aufweisen kann. Vor allem kommt das Modell aber mit auch gleich vier verschiedenen Aufsätzen für verschiedene Arbeitseinsätze. Unter anderem dabei sind Verlängerungen, welche teilweise spitz zulaufend, besonders eng für die Arbeit an Bohrlöchern oder Fugen sind. Oder beispielsweise auch eine flexible Verlängerung für das Erreichen von schwer zugänglichen Stellen. Im Bande mit einem 4 Amperestunden Akku ist das Modell ungefähr so teuer wie der Einhell mit einem 5 Amperestunden Akku. Aber beim Bosch Gerät bekommt man wie gesagt eine wesentlich stärkere Luftgeschwindigkeit von bis zu 270 kmh. Mehr Infos zu diesem Mini Akku Gebläse über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Bleibt aber auch jetzt gerne noch etwas dran, um nun das letzte und auch leistungsstärkste Modell aus dem Vergleich kennenzulernen. Zum Schluss möchten wir euch noch das 18 Volt Akku Gebläse von D-World vorstellen. Genauer gesagt das Modell DCV100, welches eine maximale Blasgeschwindigkeit von 290 kmh aufbringen kann. 20 kmh also nochmal schneller als das eben vorgestellte Modell von Bosch. Verwendet werden kann das Modell mit allen beliebigen Akkus der D-World 18 Volt Akkureihe. Und geliefert wird das Modell auch mit einem länglichen Aufsatz zum Erreichen auch schwer zugänglicher Stellen bzw. für eine bessere Konzentration des Luftstroms. Auch dieses Modell überzeugt vor allem aber wieder durch seine kompakte Größe und auch sein Gewicht. Mit nur 950 Gramm ohne Akkus handelt es sich tatsächlich hier auch um das auch leichteste Akkublasgerät. Dieses geringe Gewicht, die kompakten Abmessungen und der ergonomisch geformte Handgriff ermöglichen hier ein sehr einfaches und flexibles Arbeiten. Zudem wird das Arbeiten durch die Geschwindigkeitsverstellung erleichtert, sowie auch durch die Möglichkeit das Modell bei Interesse einfach zu sperren oder zu entsperren. Dafür gibt es hier an der Seite einen kleinen Schalter. Abgesehen von dieser Funktion und auch der Verstellung der Geschwindigkeiten gibt es hier keine besonderen Einstellungen. Das ist aber auch nicht nötig, denn damit sind unserer Meinung nach die wichtigsten Dinge abgedeckt. In Kombination mit einem Akku- und Ladegerät von DeWalt handelt es sich hier auch mit leichtem Abstand um das teuerste Modell im Vergleich, was aufgrund auch dieser hohen Leistung bei vor allem dem geringen Arbeitsgewicht unserer Meinung nach verdient ist. Aber informiert euch gerne selbst noch zum Modell. Alles weitere erfahrt ihr über den dritten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr diesen Akku-Mini-Laubbläser auch bestellen. Ja, das war es nun aber von unserem kurzen Video und der Vorstellung der für uns drei besten Akku-Mini-Laubbläser. Hoffentlich war hier das richtige Modell für euch dabei und wir konnten euch ein wenig bei eurer Kaufentscheidung unterstützen. Wenn ja, lasst uns doch auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Abonniert unseren Kanal und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, auf Wiedersehen.